Herzlich willkommen wieder bei der Anwaltskanzlei Andreas Mauritz, Rechtsanwälte. Heute wollen wir uns nochmal oder mal wieder mit dem Thema Sportstudio, Fitnessstudio, Verträge befassen. Und zwar ist das auch entstanden aus einer Anfrage eines Nutzers, einer Nutzerin im Zusammenhang mit dem Thema Auswirkungen von Corona auf Sportstudio, Fitnessstudio, Verträge. Und da kam dann die Frage, was geschieht denn eigentlich oder welche Möglichkeiten hat man als Nutzer vom Sportstudio bei Krankheit? Und da habe ich mir gedacht, naja, das muss man vielleicht auch nochmal aufgreifen, insbesondere auch natürlich, welche Möglichkeiten habe ich denn dann, diesen Sportstudio-Vertrag zu kündigen? Was braucht es denn dafür? Deswegen wollen wir jetzt einfach direkt ins Thema einsteigen. Also zunächst einmal ist wichtig, sich darüber klarzumachen, wenn man einen Sportstudio-Vertrag unterschreibt oder abschließt, dann hat der im Regelfall, wenn man nicht gerade spezielle Tarife hat, und die Sportstudios fangen ja mittlerweile an, auch ein bisschen umzustellen, hat der im Regelfall aber eine längere Laufzeit. Zwölf Monate, 24 Monate, die erste Laufzeit 24 Monate ist ja grundsätzlich möglich. Da gebe ich einfach schon mal den ersten Tipp. Ich würde euch dringend empfehlen, vereinbart eine Probezeit. Also nicht nur dieses, ah, ich darf zweimal Probe trainieren und da ist dann auch jemand da und der hofiert mich und der freut sich auch ganz doll, wenn ich da bin. Und er macht dann alles mit mir. Das ist ganz toll, aber die Tücke steckt halt im Detail. Also die Frage ist halt, wie läuft denn das, wenn ich dann mal vielleicht einen Monat da bin. Deswegen, die Sportstudios sind ja darauf angewiesen, dass Kunden kommen. Und ihr habt die Vertragsmacht, indem ihr nämlich einfach sagt, nö, ich schließe den Vertrag nur so ab. Wenn ich eine Probezeit habe von zum Beispiel drei Monaten und dann vereint man, dass in den ersten drei Monaten eine Kündigung mit zwei Wochen zum Monat Schluss möglich ist. Dann seht ihr nämlich nicht nur, wie es ist im Probetraining, sondern dann seht ihr auch, wie das ist im Realbetrieb. Wenn ihr nämlich jeden zweiten Tag da hingeht oder jeden dritten Tag, ob ihr euch tatsächlich aufrafft und wie denn dann der Service ist von den Trainern und, und, und. Wenn man das nicht gemacht hat und dann hat man seinen 24-monatigen oder vielleicht auch nur 12- oder 18-monatigen Vertrag auf allen Vertragen mit einer längeren Laufzeit. Und jetzt stellt man fest, na, das ist vielleicht doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, gefällt mir nicht so oder ich kann mich vielleicht gar nicht aufraffen. Deswegen, daran muss man sich drüber klaren sein, es gibt keine Kündigungsmöglichkeit, sondern ich bin dann diese 24 Monate gebunden und ich muss diese 24 Monate bezahlen, ob ich das jetzt nutze oder nicht nutze. Da gibt es auch keinen Abzug für irgendwas. Deswegen muss man sich, wie gesagt, im Klaren drüber sein, zieht man das wirklich durch. Das ist insbesondere deswegen wichtig, auch dazu gibt es mittlerweile Gerichtsentscheidungen. Wenn ich nämlich wegziehe, ich habe mich woanders beworben oder ich ziehe zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner, dann ist das nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich kein Grund für eine außerordentliche Kündigung. Der Bundesgerichtshof hat mal geurteilt, alles, was ich persönlich beeinflussen kann, das ist kein Grund für die vorzeitige Beendigung des Fitnessstudio-Vertrages. Und da muss man sich, wenn man sich im Internet umtut, nämlich auch unterscheiden, es gibt eine Entscheidung, da ging es um einen Berufssoldaten, der wurde versetzt. Da hat einfach die Bundeswehr gesagt, du bist ab heute nicht mehr in X stationiert, sondern in vier Wochen musst du in Y stationieren oder wirst du in Y stationiert. Das ist dein neuer Standort und als Bundeswehrsoldat, Befehl und Gehorsam bin ich einfach verpflichtet, da hinzugehen. Da gibt es auch keine großen Diskussionen. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, na der kann ja nichts dafür, der kann das auch nicht beeinflussen. Deswegen hat der ein außerordentliches Kündigungsrecht. In der Entscheidung knapp vier Jahre später ging es um eine berufliche Veränderung. Der Mensch, der dieses Sportstudio genutzt hat, der hat sich beruflich verändert, musste dann in eine andere Stadt und hat sich auf diese Entscheidung berufen. Und da hat der Bundesgerichtshof dann eben ausdrücklich gesagt, nein, das kannst du beeinflussen, denn du wolltest ja woanders hin. Das ist mit diesem Zeitsoldatenurteil nicht zu vergleichen und deswegen kein Grund für eine vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses. Und dann ging es eben weiter, nämlich mit dem Thema Krankheit oder zum Beispiel auch Schwangerschaft, was ja auch durchaus eine Rolle spielen kann. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, ja, klar, Krankheit kann durchaus ein Grund sein für eine vorzeitige Beendigung, also für eine außerordentliche Kündigung des Vertragsverhältnisses. Soweit, so gut. Gut, jetzt muss man sich aber einfach Gedanken darüber machen, wie ist denn das konkret ausgestaltet? Es genügt nämlich nicht, dass ich meinem Sportstudio gegenüber außerordentlich kündige und sage, ich bin krank und deswegen habe ich ein außerordentliches Kündigungsrecht. Sondern der erste Baustein oder die erste Baustelle ist, dass ich dieses Sonderkündigungsrecht nur habe, wenn ich dauerhaft nicht in der Lage bin, in diesem Sportstudio zu trainieren aufgrund meiner Krankheit. Ich muss auf alle Fälle so lange sportuntauglich sein, solange der Vertrag läuft. Also wenn ich nur für zwei, drei Monate sportuntauglich bin aufgrund einer Krankheit, dann habe ich keinen Grund für eine außerordentliche Kündigung. Dann mag ich vielleicht einen Grund haben, für diese zwei, drei Monate keinen Beitrag bezahlen zu müssen. Oder aber das Sportstudio hat die Möglichkeit, weil es in vielen Verträgen mittlerweile drin ist, zu sagen, gut, wir stellen den Zeitraum als ruhend. Daher ist es ganz arg wichtig, dass man schon bei der Kündigung das entsprechend formuliert, weil man muss immer davon ausgehen, es gibt eine gerichtliche Auseinandersetzung. Also die erste Hürde, die man mal nehmen muss, es muss so eine Erkrankung sein, dass ich nicht in der Lage bin, für die restliche Vertragslaufzeit Sport dort auszuüben. Die zweite Hürde, die ich nehmen muss, ist, dass ich nicht in der Lage bin, dort alles zu machen. Denn viele Sportstudios haben natürlich Kurse, haben freies Gerätetraining, haben geführtes Training und was weiß ich, was da alles noch möglich ist. Und nur, wenn ich alles nicht machen kann, nur dann kann ich das Sportstudio nicht nutzen. Also, wenn jetzt der Arzt aus welchen Gründen auch immer sagt, na, den Zumba-Kurs soll ich mal lassen oder ich soll jetzt einfach mal ein Jahr lang nimmer Fahrrad fahren, aber ich kann noch im Handeltraining was machen, zum Beispiel. Ich kann Yoga-Kurse in diesem Sportstudio besuchen, weil die dort Yoga-Kurse anbieten oder irgendetwas in der Art. Dann wird es mit einer außerordentlichen Kündigung schon wieder schwierig. Und das dritte ist natürlich, und das ist oft das gravierendste, ich muss das auch nachweisen. Denn die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass ich so schwer erkrankt bin, dass ich die Restlaufzeit meines Sportstudio-Vertrages in diesem Sportstudio nichts mehr machen kann, die liegt bei mir. Und da genügt, und das muss man sich einfach ganz klar machen, da genügt am Ende des Tages eben nicht ein Attest eines Arztes, wo drinsteht, Ich habe meinem Patienten empfohlen, den Vertrag zu beenden oder mein Patient ist so und so lang oder dauerhaft nicht mehr in der Lage, Sport zu treiben. Denn, nochmal, die Darlegungs- und Beweislast, die liegt eben bei mir als Kunden. Und deswegen muss ich meine Brille aufsetzen, um das dann auch zu zitieren. Der Bundesgerichtshof hat nämlich ausdrücklich geschrieben, in seinem Urteil vom 08.02.2012, römisch 12 ZR 42-10, Außerdem ist es der Klägerin, Klammer auf, das war das Sportstudio, Klammer zu, unbenommen, bei Zweifeln die Berechtigung der außerordentlichen Kündigung in Frage zu stellen Und in einem gerichtlichen Verfahren die Wirksamkeit der außerordentlichen Kündigung prüfen zu lassen, indem der Kunde die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines wichtigen Grundes trägt. Und diese Darlegungs- und Beweislast, der komme ich eben nicht nach mit einem bloß lapidaren Attest. Ich weiß, dass jetzt die Ärzte oder einige Ärzte wieder auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, lapidare Attest, wie kann man Atteste von Ärzten anzweifeln? Ja, im Prozess kann ich es anzweifeln, denn ich als Sportstudio-Betreiber, ich habe ja keine Ahnung, aufgrund welcher Untersuchungen, aufgrund welcher Befunderhebung der Arzt zu diesem Ergebnis gekommen ist. Es steht ja alles in dem Attest nicht drin, ich habe keine Ahnung von der Krankheit, ich habe keine Ahnung davon, was hat der Arzt alles befundet, was hat der Arzt alles untersucht und ich habe vor allem keine Ahnung, und jetzt an alle Ärzte bitte mich nicht lünchen, aber ich habe ja gar keine Ahnung, ob der Arzt sich irrt, könnte ja theoretisch auch sein. Und deswegen kann ich als Sportstudio-Betreiber natürlich das bestreiten und dann wird es im Zweifel mal auf ein Sachverständigengutachten rauslaufen. Zumindest aber muss ich als Kunde dann einfach blank ziehen. Ich muss konkret sagen, was für eine Diagnose sind gestellt worden, durch welche Befundungen sind diese Diagnosen gestellt worden, welche Auswirkungen hat es denn konkret auf meine Sportfähigkeit. Denn es ist schon schwierig zu sagen, ich darf jetzt gar keinen Sport mehr machen, wir wissen ja mittlerweile alle, dass der Trend eher anders ist. Relativ früh werden die Menschen aus dem Krankenhaus entlassen, zumindest relativ früh werden die Menschen mobilisiert, man soll ja gerade Sport machen und irgendwas geht vielleicht eben doch. All das muss ich eben konkret darlegen. Das ist meine konkrete Darlegungslast nach § 138 ZPO. Und da genügt eben im Prozess ein solches Attest einfach nicht. Im Zweifel muss ich den Arzt zumindest von der Schweigepflicht entbinden. Und das hat jetzt nichts damit zu tun mit Arztgeheimnis und so weiter, sondern das hat was damit zu tun, ich bin in einem Prozess drin, in einem gerichtlichen Verfahren. Und ich habe die Beweislast dafür, dass ich so schwer krank bin, dass es nicht mehr geht. Und der Beweislast muss ich nachkommen. Und wenn ich der Beweislast nicht nachkomme, ja, dann bleibe ich beweisfällig und dann wird sich der Sportstudio-Betreiber eben mit seiner Klage auf Zahlung letztendlich durchsetzen. Deswegen, wenn man diese Karte spielt, dann muss man sich von Anfang an drüber klar sein, das sind die Fallstricke und ich würde schon deswegen auf alle Fälle empfehlen, von Anfang an schon in Kündigung schreiben, hohe Transparenz obwalten zu lassen. Also es ist natürlich klar, wenn jemand an einer Krebserkrankung leidet, da wird es natürlich in der akuten Phase mit Chemotherapie, mit Bestrahlung und was man da bedauerlicherweise alles sonst über sich ergehen lassen muss, mit anschließender Reha, schwierig in diesem Sportstudio überhaupt irgendwas noch machen zu können. Zumal Sportstudios normalerweise also keine Kurse anbieten, Sport nach Krebs oder irgendetwas in der Art. Und deswegen empfehle ich dann in solchen Fällen immer, von Anfang an das einfach klar in die Kündigung reinzuschreiben und den Arzt darum zu bitten, ein detailliertes Attest zu erstellen. Denn wer will denn schon in eine gerichtliche Auseinandersetzung? Natürlich kann das dann sein, dass wenn ich in eine gerichtliche Auseinandersetzung muss, ich den Prozess dann gewinne. Aber wie gesagt, wer will das schon? Deswegen macht es Sinn, von Anfang an da mit offenen Karten zu spielen. Dass der Arzt dann für dieses umfangreiche Attest Geld will, ist auch letztendlich klar, aber es bringt mir ja auch was, weil ich da aus diesem Vertragsverhältnis rauskomme. Also man muss sich einfach darüber im Klaren sein, nur einfach ein Attest vorzulegen, das wird auf gar keinen Fall genügen, sondern es ist vielmehr so, dass man detailliert darlegen muss, um was es geht. Ich hoffe, ich habe jetzt einen Überblick geben können über das Thema Beendigung oder vorzeitige Beendigung des Fitnessstudios-Vertrags bei Krankheit. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder möglicherweise auch Diskussionsbedarf gibt, dann einfach rückmelden. Hier unten seht ihr ja die Telekommunikationsdaten. Dann mir einfach eine Info zukommen lassen. Ich versuche, Anfragen zu beantworten. Da noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich bekomme immer wieder Kommentare unter die Features, unter die Videos. Seht mir es nach, dass ich also nicht jedes Video 3, 4, 5 Mal selber angucke, obwohl ich es natürlich toll finde und mich auch selber gern sehe. Aber da ist es oft hilfreicher, wenn es eine konkrete Frage ist, mir einfach kurz eine Mail zu schicken. Dann kann ich es so verarbeiten wie jetzt oder vielleicht auch in einer direkten Antwort. Ansonsten sage ich einfach wieder Danke, bleibt mir gewogen und Tschüss.